Die Horror-Aussagen des sogenannten gelehrten Pia Vogel gegen den Islam den heiligen Propheten Mohammed und den reinen Anhängern des Propheten Mohammed. Pia Vogel und seine Freunde und nicht-Ahmadiya Muslime behaupten, dass derjenige, der den Islam verlässt, mit der Todesstrafe bestraft werden muss, gemäß Koran und der Praxis des Propheten Mohammed. Die Frage war, ich habe gehört, dass man im Islam, wenn man aus dem Islam austritt, dass man getötet wird und im Koran selber steht, dass es keinen Zwang im Glauben gibt. Ich habe nicht das Recht, die Meinungen der großen Gelehrte, die viel mehr Wissen haben als ich, zu widerlegen. Und prinzipiell das, was ich in dieser Sache bisher gefunden habe, ist ein Konsens der Gelehrten, dass derjenige, der vom Islam abfällt, getötet wird. Und dann sehen wir auch, dass die Sahaba, die es so praktiziert haben, dass derjenige, der die Religion verlassen hat, dass es dafür die Todesstrafe gegeben hat. Es gibt dafür Beweise. Weiß Pia Vogel denn nicht, dass es keinen einzigen Vers des Korans gibt, das dieses behauptet, aber zahlreiche Verse im Koran das Gegenteil behaupten? Weiß Pia Vogel etwa nicht, dass der Koran besagt, dass immer die Feinde der Propheten behaupteten, die Propheten und ihre Anhänger töten zu müssen, da sie ihren alten Glauben verlassen haben? Weiß Pia Vogel denn nicht, dass der heilige Prophet Mohammed, nie jemanden hat töten lassen, wegen seinem Glaubenswechsel, jedoch nur diejenigen Abtrünnigen, die nach dem Abtrünnigwerden unschuldige Muslime umgebracht haben? Es gibt den Hadith, wo der Prophet sagt, also das Blut eines Muslimen ist für drei Dinge erlaubt. Derjenige, der die Religion verlässt und Jamaa Abstand nimmt. Weiß Pia Vogel nicht, dass es weitere Hadith in Bukhari gibt, die dieses Hadith erklären, und zwar, dass damit jene gemeint sind, die den Islam verlassen und Krieg gegen Allah und seinen Gesandten führen. Fakt ist, es gibt den Hadith, der ganz klar sagt, Wer seine Religion ändert, den tötet. Wenn Pia Vogel wirklich das glaubt, dann soll er sich selbst töten lassen. Denn er ist einer, der seine Religion von Christentum zum Islam gewechselt hat. Weiß Pia Vogel denn wirklich nicht, dass die Sahabas und die rechtgeleiteten Kalifen öffentlich verkündigten, dass es keine Todesstrafe für Abtrünnige gibt, nur für diejenigen, die nach dem Abtrünnigwerden unschuldige Morden. Und dasselbe haben wir auch in der Bibel. Wie ist dieser Vers, wie ist dann das zu verstehen, wenn wir den Vers sehen, wo steht, es gibt keinen Zwang im Glauben. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Es geht nicht um Zwang in der Religion, dass er gezwungen wird. Erstmal der Zwang in diesem Vers ist nicht in absolut gemeint, in jeder Sache. Sondern hiermit ist gemeint, Allah au alam, dass es nicht erlaubt ist, jemanden dazu zu zwingen, der nie ein Muslim gewesen ist, den Islam anzunehmen. Aber wenn jemand vom Islam abfällt, dann gibt es die Todesstrafe. Der Vers, in Glaubensdingen gibt es keinen Zwang, ist nicht absolut gemeint, sondern nur der Eintritt im Islam ist frei, aber nicht der Austritt? Also kann man jetzt mit dem Koran alles machen. Steht im Koran, man darf kein Schweinefleisch verzehren, so könnte man sagen, das ist nicht absolut gemeint. Ja, kein gegrilltes Schweinefleisch, aber gekochtes dafür schon. Piervogel sagt, mit dem Vers ist der Eintritt gemeint, aber nicht der Austritt, denn dafür ist die Todesstrafe. Wo steht das aber in diesem Vers? Dass Piervogel klar lügt, zeigen uns die Verse direkt danach. Es soll kein Zwang sein im Glauben, gewiss, Wahrheit ist nunmehr deutlich unterscheidbar von Irrtum. Wer also sich von dem Verführer nicht leiten lässt und an Allah glaubt, der hat sicherlich eine starke Handahabe ergriffen, die kein Brechen kennt und Allah ist allhörend, allwissend. Allah ist der Freund der Gläubigen, er führt sie aus den Finsternissen ans Licht, die aber nicht glauben, deren Freunde sind die Verführer, die sie aus dem Licht in die Finsternisse führen. Sie sind die Bewohner des Feuers, darin müssen sie bleiben. Es geht also um diejenigen, die aus den Finsternissen ans Licht kommen und die aus dem Licht in die Finsternisse gehen. Beide Wege sind offen, denn Wahrheit ist nun deutlich unterscheidbar von Irrtum. Jeder kann selbst seinen Weg gehen. Allah allein wird am Ende abrechnen. Erstmal, was ist hier mit Zwang im Glauben gemeint? Weil beispielsweise für mich, wenn jemand nicht betet, dann macht er eine Sünde. Ist das jetzt Zwang im Glauben? Jemand könnte das als Zwang verstehen. Ich bin dazu gezwungen, ich bin dazu gezwungen, Hatsch zu machen einmal im Leben, wenn ich die mögliche, oder ich bin dazu gezwungen, zu fasten, weil wenn ich das nicht mache, begehe ich eine Sünde. Und wenn ich in eine Sünde gehe, kann es sein, dass Allah mich, kann es sein, dass Allah mich bestraft. Das heißt, in dem Sinne ist das auch, könnte man das als Zwang verstehen. Ja, aber Peer Vogel und seine Gelehrten sind nicht Allah. Die Rechte, die der Mensch an Allah erfüllen muss, wie Gebet, Hatsch und Fasten, darüber wird Allah selbst richten. Der Mensch kann keinen selbstdenkenden Menschen zu Hatsch, Gebet und Fasten zwingen, wenn er vom Gegenteil überzeugt ist. Genauso wenig bezüglich seinen Glauben. Wenn jetzt jemand kommt, und das ist damals zur Zeit des Propheten passiert, Leute haben den Islam angenommen, um ihren nächsten Tag wieder zu verwerfen, von den Juden, um damit Zweifel in der Religion zu werfen. Das heißt, hier wird nicht nur das Leben bedroht, hier wird die Religion bedroht, die das Ewige, die die Ewigkeit für dich bedeuten kann. Welcher Mensch würde am Morgen den Islam annehmen, mit der Absicht, ihn am Abend zu verwerfen, wenn er weiß, dafür gibt es die Todesstrafe. Diese Tatsache beweist, dass es dafür keine Strafe gegeben hat. Die Tafsid sind sich einig, dass es zur Zeit gewesen ist, als Makgab bereits erobert wurde und die islamische Regierung Gültigkeit hatte. Inschallah werde ich das jetzt hier klären. Es ist erschreckend anzusehen, wie diese sogenannten Gelehrte bemüht sind, dem Islam mit allen Mitteln zu schaden. Der heilige Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, sagte, eine Zeit des Unglücks wird über meine Umma kommen, in der die Menschen zu ihren Gottesgelehrten um Leitung gehen würden, aber sie würden sie wie Schweine und Affen vorfinden. Will der Muslim Pia Vogel und seinen sogenannten Gelehrten Glauben und Folgen oder doch lieber den Koran und die Sunna des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Die aber glaubten und hernach ungläubig wurden, dann wieder glaubten, dann abermals ungläubig wurden und noch zunahmen im Unglauben. Denen wird Allah nimmer mehr vergeben, noch sie des Weges leiten. Darf ich Pia Vogel fragen, wie jemand im Islam abermals glauben kann und abermals den Glauben verlassen kann, wenn er schon nach dem ersten Abfall getötet werden soll. Und gehorcht Allah und gehorcht den Gesandten und seid auf der Hut. Kehrt ihr euch jedoch ab, dann wisse, dass unserem Gesandten nur die deutliche Verkündung abliegt. Darf ich Pia Vogel fragen, warum Allah hier nicht sagt und warnt, wer sich abkehrt, der wird umgebracht werden. Stattdessen sagt Allah auch gegenüber den Abkehren obliegt den Propheten nur die Verkündung. Ermahne drum, denn du bist nur ein Ermahner, du bist nicht Wächter über sie. Jener aber, der sich abkehrt und dem Unglauben verharrt, ihn wird Allah mit der schwersten Strafe strafen. Zu uns ist ihre Heimkehr, als dann obliegt uns ihre Rechenschaft. Darf ich Pia Vogel fragen, wieso Allah hier deutlich sagt, dass man nur ermahnen soll, denn man ist kein Wächter. Und diejenigen, die den Glauben verlassen und dem Unglauben verharrt bleiben, ich wiederhole den Zusatz, und dem Unglauben verharrt bleiben, Allah allein obliegt die Rechenschaft über solche und Allah wird sich strafen. Wenn die Heuchler zu dir kommen, sagen sie, wir bezeugen, dass du in Wahrheit der Gesandte Allahs bist und Allah weiß, dass du in Wahrheit sein Gesandter bist. Jedoch Allah bezeugt, dass die Heuchler gewisslich Lügner sind. Sie haben sich aus ihren Eiden ein Schild gemacht. So machen sie abwendig vom Wege Allahs. Schlimm ist wahrlich das, was sie zu tun pflegen. Dies, weil sie glaubten und hernach ungläubig wurden. So ist ein Siegel auf ihre Herzen gesetzt worden, also, dass sie nicht verstehen. Und wenn du sie siehst, so gefallen dir ihre Gestalten und wenn sie sprechen, horchst du auf ihre Rede. Sie sind, als wären sie aufgerichtete Holzklötze. Sie glauben, jeder Schrei sei wieder sie. Sie sind der Feind, darum hüte dich vor ihnen. Allahs Fluch über sie, wie werden sie abgewendet. Und wenn zu ihnen gesprochen wird, kommt her, der Gesandte Allahs will für euch um Verzeihung bitten. Ich wiederhole, kommt her, und der Gesandte Allahs will für euch um Verzeihung bitten. Dann wenden sie ihre Köpfe zur Seite und du siehst, wie sie sich in Hochmut abkehren. Allah sagt deutlich, dass Hazreti Muhammad die Abtrünnigen kennt und für diese um Verzeihung bei Allah beten mag, damit Allah die Strafe für diese Menschen, die ihnen bei Allah erwartet, abwendet. Der heilige Prophet Muhammad hat diese niemals töten wollen, obwohl es jene Abtrünnige waren, die auch andere abtrünnig machten. Darf ich vier Vögel fragen, ob er immer noch seinen Gelehrten folgen will, anstatt Allah und seinen Gesandten? Und sie werden nicht eher aufhören, euch zu bekämpfen, als bis sie euch von eurem Glauben abtrünnig gemacht haben, wenn sie es vermögen. Wer aber unter euch von seinem Glauben abtrünnig wird und als Ungläubiger stirbt, das sind diejenigen, deren Taten eitel sein werden in dieser und in jener Welt. Sie sind die Bewohner des Feuers, darin müssen sie bleiben. Sollte Allah hier nicht sagen, wer abtrünnig wird, soll getötet werden? Stattdessen sagt Allah, wer abtrünnig wird und als Ungläubiger stirbt. Das heißt, dass er nach dem Abfall im Unglauben verharrt bleibt und schließlich eines natürlichen Todes stirbt. Auch hier ist keine Strafe aus Menschenhand angekündigt. Und ihr glaubt, so ihr denen, die nicht glauben, gehorcht, werden sie euch auf euren Fersen umkehren. Also werdet ihr Verlierende sein. Spätestens hier müsse Allah die Gläubige warnen und sagen, dass diejenigen mit dem Tode bestraft werden sollen. Ein Teil vom Volke der Schrift sagt, glaubet in der ersten Hälfte des Tages an das, was den Gläubigen offenbart worden ist und leugnet es später. Vielleicht werden sie umkehren. Gemäß in den Büchern der Tafsir handelt es sich hierbei um die Gesandtschaft der Christen, die Medina besuchten. Am Morgen den Glauben annahmen, mit dem Hintergedanken, diesen am Abend zu leugnen, was sie dann auch taten. Gemäß anderen Tafsirs handelt es sich hierbei um Juden. In beiden Fällen sind sich die Tafsirs aber einig, dass es sich um die Zeit handelt, in der Maka schon erobert wurde und die islamische Regierung Bestand hatte. Die Frage an Pierre Vogel, wieso würde jemand den Islam annehmen, mit der Absicht, ihn am Abend wieder zu verlassen, wenn er doch weiß, dass es dafür die Todesstrafe gibt. Das kann man nur machen, wenn man weiß, dass es dafür keine Strafe gibt. Wer Allah verleugnet, nachdem er geglaubt, der allein ausgenommen, der gezwungen wird, in das sein Herz im Glauben Frieden findet. Jene aber, die ihre Brust dem Unglauben öffnen, auf ihnen ist Allahs Sorn und ihnen wird eine strenge Strafe. Dies, weil sie das Leben hinieben dem Jenseits vorzugen und weil Allah das Volk der Ungläubigen nicht leitet. Sie sind es, auf deren Herzen und Ohren und Augen Allah ein Siegel gesetzt hat und sie allein sind die Achtlosen. Zweifellos sind es die im Jenseits die Verlorenen sein werden. Spätestens hier sollte Allah doch die Muslime warnen, hört, wenn ihr den Islam verlässt, so soll man euren Kopf abhacken. Mohammed ist nun Gesandter, vor ihm sind Gesandter dahin gegangen. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr umkehren auf euren Fersen und wer auf seine Fersen umkehrt, der fügt Allah nicht den mindesten Schaden zu und Allah wird die Dankbaren belohnen. Sie sind zahlreiche weitere Verse des Korans bezüglich diesem Thema. Und in keinem wird eine Todesstrafe aus Menschenhand angekündigt, die Pierre Vogel und seine Freunde gerne hätten. Er hat den Menschen da mitgegeben, was bei einer gewissen Gesetzgebung mit jemandem passiert, der abtrünnig wird. Ich meine, bei Fahnenflucht, was passiert bei dem einen oder anderen in den einzelnen Ländern? Aber wenn jemand vom Islam abfällt, ja, dann gibt es die Todesstrafe. Und ich habe nicht das Recht, die Meinungen der großen Gelehrte, die viel mehr Wissen haben als ich, zu widerlegen. Und prinzipiell das, was ich in dieser Sache bisher gefunden habe, ist ein Konsens der Gelehrten, dass derjenige, der vom Islam abfällt, getötet wird. Wenn man um Muslim ist, dann wird er wieder. Wenn man um Muslim ist, dann wird er wieder wieder. Und die McCain ist der interprete, er wird das Förderknehmende. Er hat sich, dass in denutzern Gucken es Abel an, wie die Sunda von Feinden der Propheten seit jeher gewesen ist. Sie sprachen, wenn du nicht ablässt, O Noah, so wirst du sicherlich gesteinigt werden. Er sprach, mein Herr, mein Volk hat mich verworfen, darum richte entscheidend zwischen mir und ihnen und rette mich und die Gläubigen, die mit mir sind. Er antwortete, verlässt du meine Götter, O Abraham, wenn du nicht aufhörst, so werde ich dich wahrlich steinigen. Verlasse mich auf lange Zeit. Abraham sprach, Friede sei auf dir, ich will von meinem Herrn Vergebung für dich erflehen. Er ist gnädig gegen mich. Sie sprachen, verbrennt ihn und helft euren Göttern, wenn ihr etwas tun wollt. Wir sprachen, O Feuer, sei kühl und ohne Harm für Abraham. Sie sprachen, schwöret einander bei Allah zu, dass wir gewisslich ihn, Saleh und seinen Angehörigen nachts überfallen wollen. Und dann wollen wir zu seinem Hinterlassenen sagen, wir waren nicht Zeugen beim Untergang seiner Familie. Und wir reden bestimmt die Wahrheit. Die Häuptler seines Volkes, die hoffwertig waren, sprachen, O Schuhe, wir wollen dich und die Gläubigen mit dir aus unserer Stadt hinaustreiben. Oder ihr kehret zu unserem Bekenntnis zurück. Er sprach, auch wenn wir nicht willens sind. Und wenn sie zu ihnen kamen, mit der Wahrheit von uns, da sprachen sie, tötet die Söhne derer, die mit ihm glauben und verschonen ihre Frauen. Doch der Anschlag der Ungläubigen ist nichts als vergeblich. Und fach, Lasst mich, ich will Moses töten und lasst ihn seinen Herrn anrufen. Ich fürchte, er möchte sonst euren Glauben ändern oder Unfrieden im Land stiften. Und Moses sprach, ich nehme meine Zuflucht bei meinem Herrn und eurem Herrn vor jedem Hofffertigen, der nicht an den Tag der Abrechnung glaubt. Heute sind das Pia Vogel und seine Gelehrten, die die Gemeinde des verheißten Messias alai Islam, dem Imam Mahdi, mit dem Tod drohen und töten, weil sie an ihn glauben. Das Pia Vogel und seine Gelehrten, die sie an den Tag der Abrechnung, die sie an den Tag der Abrechnung, der sie an den Tag der Abrechnung, die sie an den Tag der Abrechnung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kommen wir nun zu der Sunna des Propheten Mohammed, über welches Pierre Vogel blind Behauptungen aufstellt. Wir lesen in Sarih Bukhari Einmal kam ein Beduine zum heiligen Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam, und machte Baya an der Hand des Propheten. Während er noch in Medina war, wurde er krank. Der arme Beduine war eine abergläubige Person und dachte, dass dies die Strafe dafür war, dass er den Islam angenommen hat. Er war ein einfacher Mann und kam zum Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam, und sagte ihm, dass er seinen Islam von ihm rückgängig machen soll, das ihn krank gemacht hat. Er wollte sein Glauben widerrufen. Der heilige Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, lehnte es ab. Der Mann bat den Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam, erneut, er solle den Treueid wieder rückgängig machen, damit er entschuldigt werde. Der Mann wiederholte seine Bitte dreimal und leugnete schließlich verärgert selbst den Islam und verließ Medina. Der Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, sagte, dass Medina wie ein Ofen ist, das säubert. Der Mann ist falsch gewesen. Er hat den Islam verlassen, obwohl der Prophet bemüht war, ihn zu behalten. Wie kann Pio Vogel und seine Gelehrten behaupten, dass der Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, Abtrünnige getötet hat? Zum Zeitpunkt des Vertrages von Hudaybiyah war er eine der Bedingungen, die der heilige Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, akzeptierte, dass wenn irgendein Muslim den Islam verlässt und nach Mecca geht, die Ungläubigen ihn nicht zurücksenden werden. Andersrum mussten die Muslime einen Ungläubigen, der den Islam annahm und nach Medina kam, zurückschicken nach Mecca. Wie konnte der Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, so eine Bedingung annehmen, wenn er angeblich der Islam den Tod für eine solche Person verlange? Gemäß diesem Hadith kam einer, der den Islam verlassen hatte, zu Hazard Usman, Rasulatallahu Alaihi Wasallam und bat um Verzeihung. Der heilige Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, vergab ihn. Sehen wir, dass es zur Zeit des Propheten auch jemanden gab, der abgefallen ist und der Prophet hat ihn nicht töten lassen. Abdullah ibn Abissarh Wie kann der Prophet, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, vergeben, wenn Allah dafür eine Strafe angeordnet hat? Als Vergleich soll man sich daran erinnern, als ein Mädchen namens Fatima geklaut hatte und die Gefährten versuchten, den Propheten, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, davon zu überzeugen, sie nicht zu strafen, sagte der Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, selbst wenn meine Tochter, Fatima, geklaut hätte, hätte ich sie bestraft. Jeder kennt die Hadithe gemäß denen, Abu Sufyan, als er ein Ungläubiger war, vor dem byzantinischen Herrscher Herakles stand, der er ihn über den Propheten, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, befragte. Eines der Fragen war, ob es Anhänger von ihm, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, gibt, die abtrünnig geworden sind. Abu Sufyan verneinte dies. Er sagte aber nicht, wie soll denn jemand abtrünnig werden, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, drohe Abtrünnigen zu köpfen. Dieses sollte doch die Antwort von Abu Sufyan sein, der als Ungläubiger alles ersuchte, um es gegen den Islam zu stellen. Hz. Anas R.A. erzählt, dass Hz. Musa ihn einmal zu Hz. Umar R.A. sandte, mit der guten Nachricht über einen Sieg. Was passiert war, ist, dass sechs Mitglieder gefasst wurden von Bakr bin Waliklan, die den Islam verlassen hatten und sich der Gruppe der Muschredien angeschlossen hatten. Auf Erkundigung von Hz. Umar R.A. wurde ihm mitgeteilt, dass sie den Islam verlassen haben und sich den Muschredien angeschlossen haben. Nachdem Hz. Umar R.A. dieses gehört hatte, sagte er, Hätte ich sie gefangen, ohne dass sie gekämpft und getötet hätten, wäre ich der glücklichste Mann gewesen. Ich hätte diesen Zustand mehr gewünscht, als das ganze Gold und Silber der Welt. Hz. Anas R.A. fragte, wenn sie sie dann gefangen hätten, was hätten sie getan? Er antwortete, ich hätte sie gebeten, dass sie von derselben Tür zurückkommen, von der sie gegangen sind. Dann hätte ich ihnen verziehen. Wenn sie abgelehnt hätten, hätte ich sie in der Gefangenschaft gestellt. In Gefangenschaft gestellt, damit sie sich nicht nur Muschredien anschließen und Blut vergießen. In Tarih Hultabri und Tarih Ibn Khaldun steht, in der Zeit von Hz. Abu Bakr wurden Abtrünnige festgenommen, jedoch nicht ermordet. Pierre Vogel zitiert folgendes Hadith, um seine Sichtweise zu stärken. Es wird in Sarri Bukhadi berichtet, dass es nicht erlaubt sei, einen Muslim zu töten, außer in drei Fällen. Eines dieser Fälle ist, wenn er den Islam verlässt und Krieg gegen Allah und seinen Gesandten führt. Hier ist deutlich zu lesen, Islam verlässt und Krieg gegen Allah und seinen Gesandten führt. Einige weitere Einwände, die gemacht werden, sind folgende. Erstens, Hz. Abu Bakr, Saddiq, Rasulat al-A'anhu, hätte nach dem Ableben des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, angefangen, die Rebellen, die abtrünnig wurden, zu bekämpfen. Hz. Abu Bakr führte nicht Krieg gegen die Rebellen, weil sie den Islam verlassen hatten, sondern, weil sie anfingen, Muslime in ihren Dörfern zu töten und zu verbrennen und ins Krieg gegen Medina zogen und Medina attackierten. Außerdem wird berichtet, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, diese Rebellen nicht tötete. Al-Dablu und Ibn Khaldun sagten, nachdem Hz. Abu Bakr, Saddiq, Rasulat al-A'anhu, über diese Rebellen siegte, machte er die einigen als Gefangenen und die anderen als Rulam, also er ließ sie nicht töten. Es wird behauptet, Hz. Ali, sallallahu alaihi wa sallam, hätte die Khawadij bekämpft, weil sie abtrünnig waren. Hz. Ibn Daimiyah, den vier Vogel als seinen Gelehrten verehrt, sagt selbst in seinem Buch Minhajus Sunnah auf der Seite 61 und 62, dass Hz. Ali die Khawadij nicht als Ungläubige ansah und diese sogar öffentlich erklärte. Diese Tatsache steht auch in folgenden Büchern. Somit hat Hz. Ali die Khawadij nicht bekämpft, weil sie zu Ungläubigen wurden, denn das war nicht die Sichtweise von Hz. Ali, Rasulat al-A'anhu. Hz. Ali, Rasulat al-A'anhu bekämpfte sie wegen ihrer Rebellion und Morden, die sie begangen. Es wird berichtet, dass der Hz. Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, nach der Erube Rumakka anordnete, einen Mann namens Abdullah bin Khadal zu töten, da dieser abtrünnig geworden war. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, schickte diesen Mann gemeinsam mit einem Ansar zum Sakkat einsammeln. Als sie rasteten, ordnete Abdullah bin Khadil, den Ansar, eine Ziege zu schlachten und das Essen vorzubereiten, bevor er schlafen geht. Als Abdullah bin Khadal von seinem Schlaf aufwachte und sah, dass nicht vorbereitet gewesen ist, tötete er aus Ärger den Ansar, verließ den Islam und ging nach Mekka. Er wurde somit nicht ermordet, weil er den Islam verlassen hatte, sondern weil er einen unschuldigen Muslim ermordet hatte. Es wird behauptet, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, anordnete, einen Mann namens Makiis bin Zubabach zu ermorden, angeblich, weil er den Islam verlassen hatte. Makiis bin Zubabach kam von Mekka nach Medina und sagte, ich komme zu euch als ein Muslim und ersuche den Erlös für meinen Bruder, der aus Versehen ermordet wurde. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ordnete an, dass er das Geld bekommen soll für den Tod seines Bruders Hisham. Nach dem Erhalt des Geldes blieb Makiis eine Zeit lang bei den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Aber sobald er die Gelegenheit hatte, rächte er den Tod seines Bruders mit einem Mord, widerrief seinen Glauben und ging nach Maka. Makiis Hinrichtung wurde angeordnet, da er nach dem Erhalt des Blutgeldes trotzdem eine Anzahl ermordete. Ich würde Pia Vogel raten, genauer zu forschen und zu Allah um Rechtsleitung zu bieten, bevor er solche Aussagen gegen den Islam macht. Für jeden Zuschauer, der eine detaillierte Diskussion über diesen Thema haben möchte, mit allen Beweisen und Widerlegungen, den Rat ist folgende Literatur auf der Webseite www.alislam.org. Org.org